Der Nordmazedonier hat ja letzte Saison bei Schalke gespielt, haben wir für ein Jahr auch gesehen in den Kollegen, ohne Kaufoption, ohne nix quasi. Dort war es zuerst so ein Auf und Ab, was jetzt die Einsatzzeiten angeht bei ihm. Gegen Ende wurde er aber 100% ein wichtiger Bestandteil dieser Aufstiegsmannschaft von Schalke. Haben wir den Aufstieg geschafft in die 1. Liga, sehr, sehr geile Nummer auf jeden Fall, kommt in dieser zweiten Saison auf zwei Tore und sechs Vorlagen in 22 Spielen. Bei uns hat er noch Vertrag bis 2024, ist vorne vielseitig einsetzbar, wenn man die Position von Transfermarkt.de übernimmt. Dann ist das hier links außen als Hauptposition, rechts außen und offensives Mittelfeld kann er auch noch. Immer noch nur 21 Jahre jung, immer noch Talent, 1,80 groß und eben auch mittlerweile auch durch uns so ein bisschen, waren wir noch vor Schalke. Nationalspieler bei Nordmazedonien, hat auch EM-Einsätze gesammelt letztes Jahr und nun auch in der Nations League aktuell gespielt. Daher auch noch länger im Urlaub, wie auch Kaleidisch und so weiter. Die, ja, Länderspielreisenden quasi haben länger im Urlaub. Der müsste dann, glaube ich, auch, wenn er zu uns zurückstößt, am 4. Juli zurück sein. Das ist nämlich die Frage, wo er eben aufschlägt, welches Trainingslager er mitmacht, VfB oder Schalke. Wir haben ihn im Wintertransferfenster 19-20 geholt, im Januar 2020 geholt, aus Köln. Damals kamen direkt diese Kinderbilder von ihm kursiert, mit dem VfB-Trikot die Runde gemacht. Also der Kollege hat auf jeden Fall ein Herz für den VfB. Er hat jetzt aber auch zu 100 Prozent eins für den FC Schalke 04 entwickelt. Und auch Schalke hat Bock auf Jolinov. Seit dem Aufstieg gibt es eigentlich direkt, gab es die Verhandlungen. Die letzten News gehen aber eher in die Richtung, dass die Verhandlungen erstmal gescheitert sind. Auch so von den Sky-Kollegen, die sich um Schalke kümmern. Der VfB will wohl bei einer Ablöse, wenn es ein direkter Transfer wird, die 3 vor dem Komma sehen. Also über 3 Millionen. Das kann und will Schalke aktuell nicht zahlen. Die Tür ist aber laut Schalke-Sportdirektor Rufen Schröder nicht komplett zu, immerhin. Denkbar wäre für mich, oder denkbar wäre auch generell, denke ich mal, eine Laie mit Kaufhochzum, wie wir es jetzt oft kennen. Aktuell, Schönoff hat einen Marktwert von 1,3 Millionen. Und gerade eben diese Idee von wegen, wir leihen nochmal aus ein Jahr als Schalke 04 quasi und danach haben wir eine Kaufoption oder vielleicht noch eine Kaufpflicht. Tipp mal eher auf Kaufoption. Und die ist eben quasi auszuhandeln. Ob die dann wirklich bei 3 Millionen, glaube ich, aber auf 2, irgendwas geht. Mal schauen. Ich kann mir aber irgendwie schon gut vorstellen, dass man da auf den Nenner kommt zwischen Stuttgart und Schalke. Weil Schröder hat sich jetzt nicht unbedingt 100 Prozent durchgesetzt bei uns. Das wäre ja auch nicht ausgeliehen worden. In der 2. Liga waren es sechs Einsätze, ein Tor. In der 2. 1. Liga waren es 14 Spiele und eine Vorlage. Es waren aber eben oftmals nur Kurzeinsätze. Er kann schon auch nochmal ein Element auf den Flügel bringen. Also ich fände es nicht schlimm, wenn er nochmal bei uns auftauchen würde, so formuliert. Aber wenn man sich eben Silas anguckt, Tomasch anguckt und so Konsorten, führe ich auch. Oder eben auch mögliche Neuzugänge bei einem qualitischen Abgang zum Beispiel. Dann wäre er bei uns halt im Leben kein Stammspieler. Und aufs Einsatzzeiten gesehen hätte er bei Schalke 100 Prozent mehr in der 1. Liga. Wenn er bleibt beim VfB und es eben sich nichts ergibt mit dem FC Schalke 04, würde er natürlich nach eigener Aussage alles geben. Den ansprägenden VfB und den Fans gerecht werden wollen. Klassikeraussage halt. Ich halte ihn auch für einen guten Mentalitätsspieler. Von dem her würde ich mir auch da gar keine Gedanken machen, wenn er zurückkommt. Der wird Vollgas geben. Soviel aber erstmal von mir zu Schönoff. Aus VfB-Sicht. Es fehlt noch die Schalker-Sicht auf den Kollegen. Umso geiler, dass man hier am Start hat. Ich habe ihn gefragt. Er hat ja gesagt. Hat uns Video geschickt für das Video. Ehrenbruder Kästie von KönigsblauTV. Ab dafür. Tag auch. Dankeschön, Felix. Erstmal, dass ich mit dem Video hier stattfinden darf. Mein Name ist Kesti. Ich habe den Kanal KönigsblauTV und da mache ich wirklich sehr ähnlichen Content zu dem, was Felix macht. Und ja, Felix hat mich jetzt nach meiner Meinung zu Darko Cholinov gefragt. Und ich muss sagen, wir Schalker, wir haben ihn wirklich kennen, schätzen und auch lieben gelernt. Deswegen, weil der Mann sich zu 100% wirklich mit seiner Aufgabe auf Schalke identifiziert hat. Du hast wirklich gemerkt, dass der absolut sein Herz auf dem Rasen lässt. Ja. Das einmal vorab geschoben. Vor allem anderen. Vor den sportlichen Qualifikationen. Einmal vorab gesagt. Darko hat wirklich einfach Bock auf die Aufgabe Schalke 04 gehabt. Und dementsprechend ist er ja auch sehr enttäuscht gewesen, dass es jetzt erstmal nicht geklappt hat mit den Verhandlungen zwischen Schalke und dem VfB Stuttgart. Also jetzt kommt meine sportliche Einschätzung mal einmal zu ihm. Darko hatte zu Anfang echt noch Schwierigkeiten auf Schalke. Du hast zwar immer gemerkt, der hat eine Geschwindigkeit. Das ist wirklich sehr, sehr stark, sehr, sehr unfassbar. Der kann ins Eins gegen Eins gehen. Das konnte er von Anfang an. Problem war zu Anfang einfach noch, ja, es waren einfach noch Anpassungsschwierigkeiten. Wirklich bei der kompletten Mannschaft. Das gipfelte bei Darko darin, dass er im Spiel gegen 1860 München einen groben Schnitzer in seinem Spiel drin hatte, der dann auch zum Gegentreffer gefühlt hat. War nicht das Einzige, was an dem Tag schiefgelaufen ist. Er musste beispielsweise auf der Linksverteidigerposition spielen. Was Dimitrios Gramozis da geritten hatte, das weiß auch nur er. Also ihn trifft auch nicht die alleinige Schuld. Definitiv nicht. Aber das war mit Sicherheit auch ein Knackpunkt in seinem Spiel, wo er einfach auch, ja, noch härter an sich arbeiten musste. Und das hat er getan. Das hast du wirklich absolut gemerkt, dass der will, dass der will, will, will und nochmals will. Ja, also er hat eine unfassbare Geschwindigkeit mitgebracht, kam über die rechte Seite, meistens über die rechte Seite bei uns und ist ins Eins gegen Eins immer direkt reingegangen. Der hat sich wirklich vor keinem Eins gegen Eins gescheut. Und Darko ist auch der einzige Spieler, so richtig bei uns gewesen, der auch hinter die letzte Kette gekommen ist, mit Ball am Fuß. Das meiste ist dann bei den anderen, was meistens dann eben durch schnelle Pässe passiert. Darko schafft es aber wirklich, direkt vor das Tor zu kommen und den Ball im entscheidenden Moment dann abzuspielen. Deswegen, er ist nach wie vor ein Talent. Er ist manchmal noch wirklich zu verspielt. Das muss man auch ganz klar sagen. Und manchmal erwischt er auch nicht den richtigen Moment, wo er dann abspielen soll. Aber generell haben wir ihn wirklich kennen, lieben und schätzen gelernt. Und ich würde absolut mit ihm weiter planen wollen. Ja, er wäre mir auch das ein oder andere, die die ein oder andere Million dann tatsächlich wert. Allerdings ist er natürlich auch ein junger Spieler. Und ich denke, ja, irgendwo bei zwei sollte man sich dann irgendwo einigen. Ich denke, das ist ein gerechtfertigter Preis. Wie gesagt, Darko hat nicht so konstant gespielt und er ist ja in Anführungsstrichen in dem Moment auch nur ein Zweitligaspieler gewesen. Natürlich mit viel Potenzial, aber ich hoffe einfach, dass die Vereine sich da noch einigen können. Ja, Schalke hat aktuell, ab da alle mitbekommen, extreme finanzielle Probleme und daran hakt es einfach. Und es wäre schade, wenn nach Koh Itakura wir auch auf Darko Juli noch verzichten müssten. Ja, aber naja gut, wir werden sehen, was passiert. Okay, macht es gut. Herzlichen Dank nochmal. Bis dahin. Ciao. Nochmal vielen Dank hier an KC für das Video. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Lasst mir auch gerne, wenn du nicht das Abo da gelassen hast, lasst das kostenlose Abo da. Ja, wir befinden uns so ein bisschen auf dem Weg zu den 5K. Also lasst gerne das Abo da. Ich sage es viel zu selten, deswegen ist auch diese Distanz von Leuten, die quasi meine Videos schauen und abonniert haben zu Leuten, die meine Videos schauen und nicht abonniert haben, leider nicht so ganz geil. Deswegen lasst gerne das Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Bedankt fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Das Abo da, wenn ihr es nicht getan habt.